Ja, 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 wir haben einen Start gegeben, danke, und an einem Tag, in dem wir eine Legende verabschieden, ja, das ist ein besonderer Tag, ansonsten, der verlangt natürlich nach Legendärin, und deshalb kommt heute die Mannschaftsaufstellung, und man bekommt diese Einigung. Jawohl, jawohl! Na, ja, ja, die Treppe. Im Tor, unser Nummer eins, Kevin, mit der Nummer fünf, Carlos, mit der Nummer sieben, Jan, mit der Nummer neun, Jossey, mit der Nummer fünfzehn, Konstant, mit der Nummer siebzehn, Stefan, Mit der 18. Johannes Mit der Nummer 20. Sebastian Mit der Nummer 23. Bamba Mit der Nummer 24. Sebastian Und unser Kapitän mit der Nummer 27. Kierwin Und zur Verfügung schließend noch. Felix Mit der Nummer 6. Bastian Mit der 8. Takashi Mit der Nummer 10. Vazla Mit der 14. Alexander Mit der 19. Marvin Und mit der Nummer 25. Tranquilo Karmisch Und mit der Nummer 5. Schalala Und mit der Nummer 5. Schalala Schalalalalala